Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Für die meisten war das heute ein ziemlich grauer und trüber Tag, aber es gab Ausnahmen. Der äußerste Westen und Süden Deutschlands, da konnte man die Sonne lange Zeit genießen, auf den Bergen im Süden sowieso. Ansonsten hatten wir es mit dieser dicken Hochnebelsuppe zu tun. Sie sehen hier westlich von uns über Frankreich diese wolkenfreie Zone, da nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Das reichte eben auch bis in den Westen und Süden Deutschlands, wo die Sonne dann lange Zeit schien. Paris heute 8 Stunden und 3 Minuten Sonne. In Düsseldorf gerade mal eine gute Stunde, aber auch Wörth am Rhein kam auf 8 Stunden und 40 Minuten. Auf den Bergen wieder Zugspitze E-Sonne satt den ganzen Tag und Brandenburg an der Havel. Hier blieb es den ganzen Tag übertrüb. Und bei ähnlichem Wetter bleibt es jetzt auch morgen und übermorgen. Denn wir bleiben unter Hochdruckeinfluss. Dann kommt am Donnerstag mal ein Tief. Zum Teil wird es richtig stürmisch, vor allem an der Küste. Sonst, vor allem im Norden und über der Mitte, windig. Dann kommt noch mal kühlere Luft jetzt die nächsten Tage. Danach, so wie es im Moment aussieht, schon wieder Hochdruckeinfluss. Und das heißt im Winter eben halt oft Nebel, Hochnebel, wenn der Wind fehlt. Jetzt in der Nacht wird es vor allem nach Süden und Westen hin noch Wolkenlücken geben. Sonst bleibt es bei diesen dichten, tiefhängenden Wolken, aus denen es Richtung Lausitz und an der Nordsee auch ein bisschen Nieselregen geben kann. Wenn es aufklart, zumindest zu Beginn der Nacht, dann wird es ganz schön kalt. Mit minus 1 bis minus 6 Grad unter den dichten Wolken. Morgen früh meist 2 bis 5 Grad. Morgen Vormittag geht es los mit vielen dichten, kompakten Wolkenfeldern über der Mitte. Die Berge gucken schon raus. Und sonst auch braucht der Nebel so eine Weile, bis er sich auflöst. Am Nachmittag bestehen dann zumindest im Süden ganz gute Chancen, dass es auch im Flachland mal ein bisschen längere sonnige Abschnitte geben wird. Nach Norden hin meist trüb, auch Richtung Rügen viel Sonne. Temperaturen steigen dann meist auf Werte zwischen 4 und 6 Grad. In den mittleren Höhen und auf den Bergen im Süden um die 9 Grad. Und da, wo es den ganzen Tag trüb bleibt, gerade mal 0 bis maximal 3 Grad. Der Wind ist nämlich sehr schwach unterwegs, vor allem nach Südwesten hin. Im Norden aber deutlich spürbar mittel Windstärke 4 bis 5 an der Ostsee, also sogar frischer Wind. Die nächsten Tage bringen dann mal ein bisschen Bewegung im Wetter. Mittwoch passiert noch nicht viel, ein bisschen Niesel oder Schneegriesel aus dem Hochnebel. Donnerstag kommt ein Tief mit Regen, dann wird es stürmisch und hinter dem Regen auch mal Schauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017